VMware by Broadcom, Teil 7 unserer Serie. Irgendwann werden mir die Hände ausgehen, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema, was wir dann weitermachen. Also, heute geht es wieder um das Thema Produkte. Im letzten Video habe ich das Thema VCF behandelt. Heute greife ich mal, wie der Amerikaner so ein bisschen sagt, den Elefanten im Raum an, denn wir haben so zwei Produktlinien oder eine Produktlinie und ein Produkt, um die es verdammt ruhig geworden ist. Das ist einmal der gesamte EUC Desktop Mobility Bereich und zum anderen das Thema Carbon Black. Was sind Informationen, die mittlerweile auch über das Internet, über Reddit und andere Plattformen öffentlich geworden sind? Das, was wir ganz klar wissen, ist, alle Partner wurden angewiesen, also auch wir, dass wir das Thema Desktop Mobility oder End-User Computing bitte komplett separat in Angeboten etc. ausweisen und nicht mehr bundeln mit dem Rest. Das Gleiche wurde uns für Carbon Black gesagt. Was wir auch wissen, das ist öffentlich, das ist bekannt, dass die EUC Business Unit komplett eigenständig aufgestellt wurde. Das heißt, die hat ihre eigene Personalabteilung und viele, viele andere Sachen. Auch das sind öffentlich zugängliche Informationen. Das heißt, es deutet sich, das, was auch viele schon erwartet haben und wenn man sich auch anguckt, wie Hock beim Deal Close kein einziges Wort über das Thema EUC mehr verloren hat. Es deutet sich aus meiner Sicht der ganz klare Schritt an, dass EUC mit hoher Wahrscheinlichkeit verkauft wird. An wen es verkauft wird? Ich sage mal, ich habe diese Diskussion jetzt schon seit über einem Jahr mit Analysten, die immer mal wieder auch bei mir an die Tür anklopfen und sagen, und, weißt du was? Ich habe mittlerweile ein paar Ideen gehört, werde die hier aber ganz bewusst nicht teilen, weil es zum einen in EA-Content ist und zum anderen es hier auch darum geht, nicht in laufende Geschäftsentscheidungen einzugreifen. Das ist gerade hier in Amerika mit Börsenaufsicht etc. eine ganz heise Geschichte. Dementsprechend, aber ich gehe davon aus, dass es verkauft wird. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es lange dauern wird. Ich gehe davon aus, dass es maximal sechs Monate, vielleicht zwölf Monate dauern wird. Das wird aber höchstens abhängen von den Compliance-Vorgaben, die EU und andere entsprechend geben wird. Was mit Carbon Black passiert? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich mochte Carbon Black als Produkt sehr, sehr gerne, verstehe aber auch das Broadcom-Thema. Die haben einfach schon jede Menge Security-Produkte und man muss jetzt auch irgendwo ein bisschen wieder vielleicht wieder Geld reinbringen. Auch da, ich weiß nichts Genaues, aber das sind die beiden Elefanten, die wir auf jeden Fall im Raum haben. Ich wollte es einfach mal benennen. Dann teilt mir gerne eure Kommentare, eure Gedanken zu dem Thema mit. Gerne in die Kommentare. Ihr wisst, wir in der ComDivision machen auch sehr, sehr viel im EOC-Bereich. Wir betreuen eine BMW, dabei alle Desktops im Moment in die Cloud zu bringen. Wir haben Ähnliches mit großen anderen Industriekunden und auch Handelskunden in Deutschland, aber auch in den USA umgesetzt. Dementsprechend für uns ist das Thema halt schon sehr, sehr wichtig, weil wir auch wissen wollen, wie geht es für dieses Thema bei uns oder für dieses Team bei uns in Zukunft weiter. Aber auch ich habe hier im Moment nicht mehr Informationen. Alles, was ich geteilt habe, findet ihr auch im Internet. Bleibt aufmerksam, bleibt wachsam und passt vor allem auf, dass ihr nicht auf jedes Gerücht reinfällt.